Jo Leute, herzlich willkommen zurück bei Minecraft Stadttheater, mit dabei heute der gute Dadosch noch zumindest hier so im Teamspeak, Goro, Krebs, Maxi und Liquid kommt gleich auch. Hallo. Hallo. Dadosch ist noch selig dabei. Immerhin. Also grundsätzlich kann ich euch Sachen kochen. Aber wir müssen die selbst holen. Ja genau. Aber das ist schwarze. Funktioniert so gefährlich. Ja gut, in der Nacht hätte ich das jetzt gut verstehen. Versteckt mich wieder in den Bunker. Warte mal, wie mach ich denn Salatdress? Gerade in der Nacht, da kannst du doch noch Sachen kriegen. Dann kannst du noch Knochen kriegen. Kannst du eintauschen überall. Ich hab schon einen. Kommt her, ihr Böse. Achso, warte mal. Guck mal, das ist ja richtig bescheuert. Ach nee. Ach nee, ist doch nicht bescheuert. Nein, die White Waters kommt. Okay, warte mal, man kann ja einen Stock machen. Wie war das denn nochmal? Stock? Das war mit Knochen, ne? Im Pott. Ja. Du kannst einen Pott und einen Knochen reinlegen. Geht das auch mal durch den Trash? Du kannst deinen Pott reinlegen. Du kannst auch einfach irgendwas anderes an das Knochen reinlegen. Stimmt, ich kann auch was anderes reinlegen. Jetzt bist du, Max, du bist ja ein echter Fuchs, ne? Ja, man kann auch auf die Feige klicken unten im Crafting-Menü deswegen. Wieso versteht ihr das? Wir ignorieren es einfach. Krabs möchte was sagen. Ich glaub, ihr seid so jung dafür. Ich hab's gar nicht gehört. Was hast du gesagt? Du musst da deinen Pott reinlegen und noch ein Blättchen, so ein Blatt reinlegen. Oh Mann. Kannst du dir das da zurecht drehen? Oh Mann. Ich mein, im Endeffekt hat er recht. Das ist ein Pott und einen Knochen mit dem Finatblatt kombinieren. Das ist tatsächlich ein Blatt. Okay, Leute, ich geh jetzt zu Goro. Oha. Kannst du wirklich abholen? Ja, er bringt's ja nicht. So, da bin ich wieder. Alleine, er bringt's ja nicht. Eigentlich bring ich's schon. Ja, aber... Zu dir. Aber Mann, diese Pflanzen, woran erkenn ich die denn? Wenn du drüber gehst, dann steht da sogar Päusen, irgendwas, meistens. Ja, meistens merk ich's nur, weil ich irgendwie in eine Brennersecke treten bin und Schaden krieg. So, dadurch ist es ausgezogen, der ist nämlich schon Flügge. Ja, meine Sachen liegen der Daumen, die krieg ich nie wieder. Wie lange läuft das in Folge schon? Äh, zwei Minuten. Okay. Ja, ich steig gleich einfach gleich ein. Ich hoffe, dass der Router Neustadt jetzt geholfen hat, sonst hat grad Telekom einfach keine Lust. Das kennt man ja auch. Alter, hier wurde schon eine Brücke gebaut, die baue ich ab. Was? Ich hab nicht mal ein Dach. Warte mal, wieso baut ein Manus jetzt an Dhalus Farm weiter? Muss der jetzt für sein Essen arbeiten, oder wie? Wahrscheinlich. Sachen gießen ich gar nicht. Den schlage ich, ey. Ich geh da wieder hoch. Hat er für Sklav. Macht man denn, man kann Papierwände machen? Was ist das denn hier? Paper Walls. Kleiner Town. Das sind Blackberries. Wie komm ich denn hier hoch? Blueberries, Blackberries. Ich bereue das Projekt jetzt schon, was ich ja gerade anfange. So, jetzt hab ich die Aufnahme auch wieder angemacht. Nächste Folge, Minecraft Starttheater. Aber ich hab immer noch Lacks. Router Neustadt, PC Neustadt. Ich hab Manus jetzt einen Diamanten geschenkt, ey. Hat die Telekom leider nichts davon überzeugt. Boah, Kranz, krass. Kranz, ey. Warum das denn? Einfach nur, weil ich ihn letztens gekillt hab. Ah, nicht in hier. Aber was ist daran so schlimm? Das hat ihn, glaub ich, traurig gemacht. Oh. Wieso ist das denn jetzt so behindert hier? Das aber jetzt. Das ist jetzt natürlich ganz unglücklich. Ich hab noch 34 Diamanten. Was? Ernsthaft? Ja. Einen Eisen. Nein, ich hab nur noch drei. Hi, Kranz. Hi. Ich muss kurz die Kuh melken. Ich töte die. Kurz die Kuh melken. Anna hat kein Zuhause. Ich schlafe nicht in meiner Kuh. Ich muss kurz die Kuh melken. Das war, das hab ich so jetzt nicht gemacht. Das war, Maxi, ey. Das war nicht mit ihm zusammenhangen. Ja, ja, ja. Weißt du, es besträubt sich die Kuh. Anna, warum sträubst du dich denn so? Geht nur einmal am Tag, Max. Ey, letztens hat jemand unter meinen Stardew Valley Part sogar wirklich geschrieben, ich soll die Kuh anenden. Das haben wir auch schon mal in einem Microbrick gemacht. Nefias und ich. Wie ist die Kuh plötzlich an? Keine Fremdbeirnung. Aber ihr seid ja, ihr seid ja gemein, seid ihr ja. Ja, das ist echt. Was ist denn jetzt hier? Besser, als wenn wir sie in Slime. Wofür bin ich jetzt hierher gekommen? Hallo? Ja, warte. Da drin. Was hast du denn da für ein Schwer? Diamant. Wollen wir tauschen? Nein. Hey, warte mal, du hast einen Knopf. Also Manus hat ja gerade ein Diamantengeschenk geholfen. Ich würde es nicht auf mir sitzen lassen. Ob du besser anbauen kannst wieder. Hier, guck mal, da gibt es jetzt erstmal hier einen Salat. Was macht Anne immer noch beim Haus weh? Die verfuttert jetzt mal die ganzen Sachen. Den Garden Soup, die kannst du dir erstmal nehmen. Macht sie hier. Dafür solltest du schon viel Leben kriegen. Bis dann, danke. Warte mal, hier. Ähm. Ich bin ja der Schmied, dann kriegst du auch vielleicht bald eine Rüstung und alles. Warte mal, ich mach... Oho, der Sachse! Biu. Warte, ich mach dir noch was hier. Ey, hier, du darfst überhaupt kein Eis im Schmelz und so. Das ist halt super nervig, Minecraft mit Internet-Lags zu spielen. Ich glaub, das ist der Server, der ein bisschen komisch ist. Es war ganz ehrlich, die Zombies, die schlagen ein. Ist das dein eigen Urin oder was? Ich meine, die ganze Zeit habe ich noch von da. Dankeschön. Ja, das ist doch gerade eben auch ein paar Server-Lags. Also es lief's alle sehr langsam. Oh, Leute. Ey, was wächst? Hier wächst was? Es ist jetzt deutlich weniger. Eben waren es schon fast drei Sekunden am Ende. Aber jetzt ist, äh, ich bau einen Block ab und der ist so eine halbe Sekunde und nachverschwindet der erst. Goro, hier draußen sind drei Skelette, die kannst du dir schnappen. Alter, die schnapp ich mir. Aber auch wenn ich Schnappbrücke sehe, sieht man bei mir einfach, äh, dass meine Pink gerade nicht die Beste ist. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Komisch. Ja, guck mal Tofu ist doch das Geilste. Hätt ihm nicht die Beste, guck mal Dadosch seine an. Ja, das weiß ich. Dadosch seine Folge will ich nicht. Bei Dadosch wird schon so ein Rollator angezeigt, ey. Wollte nicht mal sagen, was morgen für eine Woche ist. Ach ja, morgen jetzt, diesmal wirklich bei Nancy, ne? Ja. Ja. Haben wir euch angelogen, April, April. Haha. Just a prank. Alle drauf reingefallen. Just a prank, bro. Echt? Abonniert mich. Daumen nach oben, wenn ihr mehr Pranks sehen wollt. Ja, wir pranken jetzt auch hier im Stadttheater. Prank goes horrible. Oh, Alter gleicht sich von Haus zu Haus? Prank goes sexual, ey. Ah, ja, genau. Grants nackt jetzt auch ins Stadttheater. Anne, Anne ist tatsächlich gerade hier vorbeigekommen und hat mir Fleisch gebracht. Als ob Anne jemandem mal Essen gibt. Das hat sie bei mir im Ofi gerade gebraten. Ach, sind... Das hat sie wahrscheinlich bei Maxi geklaut und dann Crabs geschenkt. Und wenn sie gefilzt wird, so, was, ich hab nichts. Sorry, wieso sagt sie sorry? Ich glaube, sie hat bei dir irgendwas kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Und dir ist noch ein Gast, da war ich ein Skelett. Oh Gott, ich hatte mir das Freie schon geworfen, damit ich das Skelett töte, weil sie kein Schwert hatte. Auf Rancis bist du schon gegangen, ne? Die läuft schon die ganze Zeit nur rum und sucht Essen. Ich hätte sonst noch Scramble Eggs gemacht. Die kommentaute ihre Folge auch. Ich bin jetzt schon leider weg. Mit fünf Hunger los, um Nahrung zu suchen. Kommt mit ein Hunger, wir zu Hause kommen. Ja, das war super, ey. Und Anne zu den Schuhschauern. Warum sind denn hier jetzt gerade so viele Tiere hinter mir her? Ich könnte jetzt auch zum ersten Mal sterben, das wäre echt ärgerlich. Hier sind auch noch viele Tiere hinter mir, meine Frau. Oh Gott. Das ist ja wohl lächerlich. Das ist ja wohl lächerlich. Das ist alles so wirklich schon. In deinem Alter, das ist das. Ich hab mehr erwartet. Ich kann nicht mal was essen, weil ich hier verfolgt werde. Baking Bread hat Goro bekommen, als er schließt ihn. Wo ist denn meine verfickte Leiche? Ist der Creeper noch hinter mir? Nein. Er kann Schnitzel hinter mir. Ey, weißt du, nur weil ich zu Goro gegangen bin. Tofu, Mehl und ne Pfanne. Dann kann ich auch nicht ein Schnitzel. In der Zeit hätte ich meine Schmiede weiterbauen können. Tofu ist so geil. Wie mach ich Tofu? Du brauchst ne Presse und dann musst du die Sojabohne so lange pressen, bis du Tofu hast. Du isst die Sojabohne. Du musst richtig zerquetschen. Barbecue Tofu. Das ist nicht Barbecue Tofu. Du brauchst das Firm Tofu. Aber Barbecue Tofu ist auch geil. Aber du hast keine Barbecue Sauce. Das weißt du doch gar nicht. Holy Shit. Woher willst du das denn? Ich weiß eigentlich, dass du keine hast. Salz, schwarzer Pfeffer, Zucker, Essig, Senf und Wasser. Wie gesagt, ich weiß, dass du keine hast. Okay. Müssen wir mal in den Jungle gehen. Ich muss mal alle pflanzen. Was, äh, Krabs konnte man jetzt schisseln oder was? Du hast es doch mal an deiner... Ja, schisseln konnte man. Was muss man da machen? Aber du brauchst den, ähm, du brauchst einen Stock und ein Eisen. Als ich in deine Folge geguckt habe, habe ich gar nichts gesehen. Stock unten. Kannste normal links, äh, unten links. Ambrose oder irgendwelche Pfeffer. Dann die Reis vielleicht. Ach ne, Reis ist das nicht. Das ist Oats. Ja, wenn du Reis hättest, hätte ich das genommen. Und du kannst sogar Fackeln schisseln. Ist das nicht im Wasser, wo man das kriegt? Kannste Kerzen machen und so. Ah ja, jetzt habe ich ihn. Nice. Wie geht das jetzt nochmal einfach? Rechtsklick jetzt. Ich habe meins nicht sortiert, deswegen werde ich das leider nicht sagen, was ich habe. Zieh mal eine Fackel da rein. Guck dir das mal an, was du machen kannst mit den Fackeln. Das ist auch ziemlich nice. Kannste auch Glühbieren machen. Aber das ist so ja was. Das stimmt echt, ja. Sonst komme ich nochmal vorbei, wenn ich irgendwas brauche. Naja, cool. Hat eigentlich jemand gesehen, dass ich hier schon eine Wandpflanze habe hier unten und so? Cool. Aufgehängt an so einen Haken. Ist da niemanden eingeladen? Ist da niemanden eingeladen? Komm mal vorbei. Du musst doch mal ne Party machen. Ja, Crabs, du musst mal einladen. Ich muss erstmal, ich muss erstmal. Oh ja. Eröffnungsfeier. Ich habe das Fundament. Party war Crabs heute. Fundament von letzter Werbe. Oh, jetzt habe ich krasse Lecks. Ah, guck mal hier. Ich mache jetzt. Da muss die Taverne einweilen. Die werden gerade auch wieder ein bisschen mehr. Ab und ab fängt das einfach mega an zu lecken. Warte mal. Ja, habe ich jetzt gerade? Bei mir läuft es gerade flüssig, aber vorhin war das auch gut angezeigt. FPS nach wie vor, ganz normale 120 durchgängig. Daran kann es nicht liegen. Und Internet habe ich gerade neu gestartet, daran sollte es eigentlich auch nicht liegen. War gerade eben ein kleiner Zwischenwerk. Scheiße, man kann nicht alles schisseln. Also Max, ich sage mal so, wenn du Kartoffeln hast ... Wozu denn schisseln? Wenn du Melonen hast, nehme ich die. Ah ja, Melonen habe ich ... So eine Brickstairs. Die habe ich leider, glaube ich, auch schon. Ecklo-Guide Brickstairs. Potatoes ... Habe ich nur einmal Potatoes angepflanzt? Das wäre wieder Bescheid, oder? Hat irgendjemand ein großes Marmorvorkommen gesehen in letzter Zeit? Oder hat ganz viel Marmor, was er überhaupt nicht braucht? Aber das Chisel-Marmor, nicht das andere Marmor. Hier ist ein bisschen was. Das Chisel-Marmor, das normale. Das Chisel-Marmor und nicht das Underground, ja. Marble 698. Ähm ... Ja. Habe ich. Brauche ich. It's just a prank. Just a prank, Maxi. Hatte der Sachse ... Hatte der Sachse ein Feuerzeug gehabt? Bei mir haben die Bäume, die hier Formel sind, also zwischen Sachse, seine Farm und mein Gebäude, stehen drei Bäume, die haben keinen Laub mehr. Wir haben doch damals in der ersten Folge gesagt, dass er kein Feuerzeug sollte. Ich meinte doch, was soll da schon großartig schief gehen. Man kann doch auch irgendwie diese Farmer-Dinger ... Wie heißen die? Wo du so schräg einbreit nur machen kannst. Weißt du, wie ich meine? Sind das nicht ... Diese Halbstufen, die quasi dann senkrecht stehen. Ist das nicht hier dieses ... Die Säge? Nee, das sind die Carpenters-Blöcke. Wie krieg ich die? Äh, mit Sticks und, äh ... Und, äh ... Hier Wundenplanks. Du kannst unten eingeben, wenn du E drückst, kannst du unten ja suchen, Carpenters-Blöcks. Stöcken einfach. Ja, mit Sticks. Aber du kannst dann mal eingeben, Carpenters. Naja, ich glaube, Grant hat mal was anderes. Nee, ich glaub nicht. Das sind die, die kannst du zu einem verwandeln. Da kannst du auch einen Grasblock machen und so. Naja, ich brauch aber einen ... Du meintest dieses, dieses, äh, Cover-Ding quasi, ne? Jetzt keine, keine halbe Stufe. Also quasi so ein, ähm ... Oh, dadurch, ich bin hier der einzige in der Essen halbe Stufe. Nur hochkant, meinst du? Ja, genau. Richtig. Und das ist erfolgreich. Ich glaube, die Mod ist hier nicht drin. Dafür brauchte man nämlich ne Säge. Und die hab ich hier nicht gefunden. Ach so, okay, schade. Ja, ich suche hier die ganze Zeit mit dem Internet. Prism Wedge und Wedge-Snap. Okay. Moment, das ... Boah, eigentlich nicht brauchen wir hier. Da kannst du ja richtig viel ... Also es gibt hier ne Säge, Crips. Das weißt du doch, die haben wir doch auch damals in dem anderen ... Ja, ich konnte die ja nie benutzen. Ich weiß nicht, ob die haben wir noch benutzt. Die ist irgendwie nicht ... Muss ich mal ausprobieren. Kann man so ne Hobbit-Höhle machen. Ich weiß nicht, was mit der geht. Ist die teuer herzustellen? Weiß ich nicht. I'm going on an adventure. Mal ausprobieren. I'm going on an adventure. Du 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 ... Ah, ich seh die hier auch nirgendes ... In der Liste. Ne, ich auch nicht. Ich seh die Blöcke auch nicht. Das sind eigentlich immer so richtig, richtig viele Blöcke. Die werden ... Ne, die gibt's nicht. Die Mod gibt's nicht. Dinos? Aber was ich gefunden habe, wo du kannst ... Poles bauen. Also ... Jurassic Park dann. So Stangen. Säulen. Genau. Und zwar ... Soll ich mal kurz schauen, wo waren die ... Gibt's bestimmt. Das geht, ja. Aber Treppen kann man ja auch nicht schräg bauen, ne? Wie willst du die denn schräg bauen? Ähm ... Doch, das ... das ... das geht. Also dass du meinst so ... so Hausecken abrunden kannst. Ja, genau. Das kannst du mit den Karten das Blöcke machen. Da kannst du sogar nicht Treppen machen. Du kannst du wirklich so zumindest optisch ... So was glattes. Ja, okay. Die geht auch so wie so eine Art Rutsche. Die Carpenter-Blöcken. Da gibt's einen extra Hammer für, glaub ich. Mit dem kannst du rechtsklick, linksklick machen und da die Form und so was ändern. Okay. Ne, du kannst die auch sonst im Crafting Table immer wieder craften, dann ändern die auch die Form. Das geht auch, ja. Genau. Aber du kannst ... Hä, wie? Warte, erzähl das jetzt noch mal kurz. Wenn du den ganz normalen Carpenters Block die ganze Zeit baust, kannst du den mit dem Hammer sozusagen umändern. Den normalen? Ja. Oder den schrägen? Ne, den normalen. Den normalen machst du zum schrägen. Den normalen kannst du zu allen Formen machen, die bei Carpenters Blocken möglich sind. Grants ist total verwehrt. Ja, ich auch. Leute, ich will einfach nur hier an meinem Ofen das schräg machen. Ist das zu viel verlangt, oder wie? Eine Minute. Das schaffe ich nicht mehr in einer Minute. Ja, muss auch geben. Ach so, das macht man mit dem Hammer, oder was? Also morgen bei Nancy, Leute, ne? Gewinnspiel bisher. Morgen bei Nancy. Nancy. Aber das ist heute nicht der wichtige zu sein. Wie, es gibt mehrere Schizzle, oder wie? Vielleicht habe ich auch den falschen. Nee, nee. Es gibt zwei Schüsseln. Das ist leider richtig. Es gibt zwei Schüsseln. Ja, du hast einmal den Carpenters Schüssel. Weil da ganz viel Eisen drin ist. Ähm, Grants kann es auch mal in der zweiten Folge irgendwie drei Stacks Eisen schaden. Nimm mal ein Rohholz. Ein Holz? Ja, genau, ein Holz. Am besten Rohholz. Nicht das... Ich weiß nicht, ob es mit den normalen geht. Ich glaube immer nicht. Ich habe gar kein Holz mehr, leider gerade. Ähm, nee, es geht nur mit den Rohholz. Also mit den richtigen Baumstämmen. Kannst du unten reinlegen und oben drüber einfach deine Axt reinlegen. Und dann bekommst du vier Pols raus, die du einfach aufstellen kannst. Ah, okay. Also Pfosten. Kann man auch Poldance machen, dann? Ja, genau. Da kann man dann auch Poldance machen. Oh, ist das Ende. Wer hat die Ende? Ich habe eingeleitet. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Morgen geht es bei Nancy weiter. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!